Das Ende von Cristiano Ronaldo bei Manchester United scheint besiegelt zu sein, denn heute verlor man peinlicherweise 1 zu 0 gegen Everton, die im Abstiegskampf stecken und damit scheint der Kampf um die Champions League endgültig verloren zu sein. Man muss auch ganz ehrlich sagen, sie haben es absolut verdient. Heute die 11, also von diesen 11 Spielern waren mindestens 5 dabei, wo ich mich frage, wie die es schaffen überhaupt für Manchester United zu spielen. Jetzt mal im Ernst, das sind Leute wie Wan-Bi Saka, der wirklich jedes Defensiv-Duell verliert und nach vorne mit dem Ball nicht gut ist. Dann haben wir Leute auch wie Marcus Rushford, der so dermaßen außer Form ist, wie ich es selten mal im Spieler gesehen habe, dem blinkt ja überhaupt gar nichts mehr. Dann haben wir natürlich noch einen Harry Maguire, der für mich mit einer der Hauptverantwortlichen für diese Krise ist und ich verstehe nicht, warum man ihn immer wieder aufstellt. Ja, er ist der Kapitän, aber wenn der Kapitän einfach so eine desaströse Leistung, nicht nur in einem einzelnen Spiel, sondern über Wochen lang zeigt, dann muss man ihn eben auf die Ersatzbank setzen, ganz klar. Und ich verstehe nicht, warum man ihn immer und immer wieder einsetzt. Das verstehe ich nicht. Dann lieber sogar einen Phil Jones spielen lassen oder wen auch immer. Irgendwie wird man schon finden, den man da spielen lassen kann, wenn Varane verletzt ist. Notfalls sogar Matic hinten in die Innenverteidigung stellen. Das ist alles besser als Harry Maguire, vor allem, weil er heute schon wieder das Tor auch abgefälscht hat. Ja, das ist sinnbildlich. Ich will jetzt nicht unterstellen, es kann passieren, dass man angeschossen wird oder abfälscht. Das kann jedem mal passieren. Aber ihm passiert das so häufig, dass er irgendwie den Fuß reinhält und der Ball geht dann ins Tor. Also irgendwie hat er da nicht so die gute Koordination oder hat irgendwie, ich weiß nicht, so ein unglückliches Händchen für sein Stellungsspiel, dass er so oft Bälle auch einfach abfälscht, die dann ins Tor gehen. Und dementsprechend also Harry Maguire für mich mit einer der Schuldigen an diesem ganzen Niedergang von Manchester United. So ehrlich muss man sagen, und Ronaldo wird dann wahrscheinlich nicht bleiben können, weil ich glaube nicht, dass Ronaldo sagt, er geht freiwillig in die Euroleague. Wenn die das überhaupt schaffen, also das wird nochmal spannend, liebe Freunde. Eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.